Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda-Blog News. Spanien gewinnt verdient gegen Frankreich und steht im Finale. In the semifinals of the European Championship, two of the strongest teams of the tournament met with Spain and France. Both teams had presented themselves impressively in the competition so far and were considered favorites for the title. Die Spanier konnten ihre Leistung weiter steigern und setzten sich gegen die Franzosen durch. Das Spiel fand im Wembley-Stadion in London statt und die Atmosphäre war elektrisierend. Schon im ersten Viertel des Spiels war es intensiv, mit vielen taktischen Manövern und schnellen Spielzügen. Bereits in der 14. Minute gelang es dem spanischen Stürmer Alejandro Moreno, die Abwehr der Franzosen zu überwinden und das erste Tor zu erzielen. Das französische Team, angeführt von Kapitän Antoine Griezmann, war sichtlich überrascht und geriet in den folgenden Minuten zunehmend unter Druck. Das Team versuchte sich zu erholen und startete mehrere Angriffe auf das spanische Tor. Doch die spanische Abwehr, angeführt von Kapitän Sergio Ramos, war gut organisiert und ließ kaum Möglichkeiten für die Gegner zu. In der 38. Minute gelang es jedoch Kylian Mbappé, das spanische Abwehrballwerk zu durchbrechen und den Ausgleichstreffer zu erzielen. Mit einem Stand von 1-Ko-1 gingen die beiden Mannschaften in die Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte dominierte Spanien zunehmend das Spiel. Das Team von Trainer Luis Enrique zeigte großartige Ballfertigkeiten und behielt die Kontrolle über das Mittelfeld. In der 64. Minute scoored Pablo Sarabia das zweite Tor für Spanien, after a brilliant assist from Moreno. The French team could not withstand this pressure anymore and lost control over the game more and more. In the final stages, the French team desperately searched for the equalizer, while Spain countered cleverly. In der 86. Minute machte Alvaro Morata alles klar, als er nach einem schnellen Konter den Ball zum 3-1-Endstand ins Netz beförderte. Das Wembley-Stadion wurde dadurch in ein Meer aus jubelnden spanischen Fans verwandelt. Der Sieg war wohlverdient und bezeugte die Überlegenheit der spanischen Mannschaft an diesem Abend. Nach dem Spiel äußerte sich der spanische Trainer Luis Enrique sichtlich zufrieden. Das Team hat eine unglaubliche Leistung gezeigt. Wir haben die gesamte Saison hart gearbeitet und dieser Sieg ist eine Belohnung für all unsere Anstrengungen. Auch Kapitän Sergio Ramos lobte die Leistung seiner Mannschaft. Wir wussten, dass es ein hartes Spiel sein wird, aber wir haben unsere Stärken genutzt und sind stolz, das Finale erreicht zu haben. Im Finale wird Spanien nun auf den Sieger der zweiten Halbfinalbegegnung zwischen Italien und Deutschland treffen. Beide Teams haben in der Vergangenheit ebenfalls starke Leistungen gezeigt und ein spannendes Finale wird erwartet. Spanien und ihre Fans dürfen jedoch hoffen, dass sie die begehrte Trophäe nach Hause bringen können. Auto Anita Farke, Mittwoch, 10. Juli, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.